Hallo, schönen Gruß. Diesmal aus Ägypten, am Roten Meer. Jetzt ist gerade Eppe und kommen die nächsten Videos in zwei Wochen ungefähr. Ich habe viel Bildmaterial und die tue ich dann in Deutsch auch schön kommentieren. Viele schöne Videos, ein paar Sachen die nicht so toll sind, aber das gehört auch leider zu Meerwasser-Aquaristik und zum Meeresleben dazu, leider. Aber das wäre dann in den nächsten Videos sehen. Ich hoffe, ihr liked meine Videos und ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Bleibt bald in dem kompletten Video und hier noch einen kleinen Blick zum Roten Meer. Wie gesagt, jetzt ist gerade Eppe und da wo der Saum ist von der Welle, da ist das Korallenriffo, da praktisch die Kante ist, wo es runter geht. Ziemlich steil ab, so ungefähr, ja ich schätze mal so 20, 30, 40 Meter geht das schon immer ab. Morgen soll sehr schönes Wetter, also morgen soll praktisch windfrei sein. Jetzt ist so ein lauer Wind, aber die kleine kurze Welle ist nicht so einfach zu filmen da direkt an der Kante. Aber ich lasse mal gerade noch einen Blick schweifen und dann würde ich sagen bis bald.